So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Prison Architect, der tausender Knast. Ja, wir wollen ja tausend Gefangene erreichen. Ähm, ja. So, was wird jetzt gemacht? Ihr habt ja gemerkt, gestern ist keine Folge gekommen. Das lag daran, dass zurzeit im Bad umgebaut wird und dann werdet ihr nur die ganze Zeit das Hämmern hören. Heute wird es auch noch eine kürzere Folge geben. Ich habe ja eigentlich gesagt, wir machen den Hochsicherheitstrakt. Aber, ähm, wir machen lieber Todeszellen. Das heißt, wir erforschen das schnell. Ja, warten mal ab, bis das erforscht ist. Gucken mal, was alles läuft. Ach so, und, äh, ja, noch andere Dinge können wir auch nebenbei machen. Aber, wie gesagt, heute erstmal die Todeszellen. Wir haben ja genug Kohle. Das sollte auf jeden Fall reichen für Todeszellen. Sollte passen. So, äh, mir hat jemand erklärt, wie das alles funktioniert. Ähm, äh, zwar muss ich genauso viele Soldaten, also Wachen haben, wie Soldaten hier in dem Ding. Deswegen, äh, stecken wir einfach mal ein paar Wachen hier rein und holen uns das Ding zurück. Ich weiß gar nicht, wie viele sind das jetzt? Sechs pro Reihe, alles klar. Es werden 24 Wachen. Das ist genau die Anzahl, die wir brauchen. Dann holen wir uns so lange auch erstmal noch ein paar extra Wachen. So, das sollte dann passen. Jetzt müssten wir das eigentlich zurückerobern können. Man muss das irgendwie 24 Stunden halten. Das dauert auf jeden Fall ewig. Das sind doch auch Bandmitglieder. Wieso wird das nicht angezeigt? Weil sie in 1-Laf 10? Vielleicht müssen wir die Bandmitglieder auch einfach mal einsperren. So, ein netter Typ aus den Kommentaren. Typ, ich weiß nicht, Typ hört sich so komisch an. Ein netter Mensch aus den Kommentaren hat mir auch erklärt, wie das alles funktioniert mit den Banden. Und zwar ist das so. Also ich habe ja gesagt, man muss mehr Wachen als, äh, ne? Gefangenen hier drin haben, als Kämpfer sozusagen. Äh, warte mal, bevor ich das jetzt erkläre. Ich muss kurz in den Regeln das Hochstufen, ähm, ausstellen. Weil sonst werden die immerhin einfach auf, ähm, ähm, auf die hohe Sicherheit verlegt. Deswegen lassen wir das mal aus, weil ich habe noch keine hohe Sicherheit. Es bringt mir nichts, wenn die hochgestuft werden. Dann kann ich sie nämlich nicht versorgen. Steht ja, was ich meine. Deswegen soll das erstmal ausgehen. Das wollte ich eigentlich schon länger machen. Dann hat mich jetzt nochmal jemand darauf aufmerksam gemacht. Stimmt. Ähm, machen wir schnell. Gucken wir mal, dass das, äh, funktioniert. So, ähm, müssten alle sein. Ne, da ist noch einer. Okay. Der Moss natürlich auch noch. So, jetzt kommen wir mal zu den Gangs. In den Banden. So, und zwar anscheinend, wie das funktioniert, ist, ähm, wie gesagt, müssen mehr Wachen als Soldaten da sein. Äh, und die Banden funktionieren so. So, und sie nehmen ein Gebiet ein. Und, äh, äh, halten das dann, ja. Also erstmal, wie das halt generell funktioniert. Wenn sie es halten, dann fangen sie Streit mit anderen Gangmitgliedern an. Das heißt, die kloppen sich da die ganze Zeit und sonst was, ne, oder bringen den um. Äh, jetzt müssen wir es 24 Stunden halten. Irgendwie. Oder sowas. Das habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, das gehört niemandem. Sehr schön. Ähm, ja. Dann gibt es ja natürlich noch diese ganzen anderen Kreise. Und zwar hier, der ist der mit dem Doppelkreis drumherum. Und die mit dem einen Kreis. Doppelkreis heißt Anführer. Das heißt, der ist gefährlich. Da muss man aufpassen. Der macht wahrscheinlich, also der heuert auch andere Leute an. Deswegen haben wir den separiert, dass er keine Leute anheuern kann. Die mit dem Zweikreisen sind nur Leutnant oder Lieutenant oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ähm, die machen anscheinend gar nichts. Also, also die heuern keine Leute an. Die können ich theoretisch rauslassen. Die treffen sich nur manchmal. Ich weiß aber nicht, was das Treffen genau macht. Also keine Ahnung. So. Und, äh, wenn sie diesen Gebiet, das Gebiet auch haben, äh, wie vorhin, mit dem einen komischen Ding, ähm, dann sorgen die dafür, ähm, dass Leute, die nicht in der Gang sind, Geld zahlen müssen. Das heißt, ihr seht hier unten rechts, da ist Geld von der Gang. Das ist ja die grüne Gang, die bei mir so groß ist. Deswegen müssen wir auch mal aufpassen, dass die anderen nicht groß werden, dass sie kein Chef ist. Und, äh, ja. Oh, wir haben neue Gefangene. Äh, das war auch ein weiterer Tipp. Äh, das ist eigentlich das Ganze mit der Gang. Man muss die Sachen auch zurückerobern, weil sonst kann ich auch nicht bauen. Ich konnte ja letztes Mal den Turm nicht bauen. Hat mir auch der nette Mensch gesagt in den Kommentaren. Vielen Dank nochmal dafür. Dass ich halt, wenn die Gang sowas besitzt, nicht bauen kann. Ich kann auch keine Gangzelle umbauen. Äh, kann ich mal, also hieß es zumindest. Kann ich da tatsächlich nichts reinsetzen, wenn ich zum Beispiel eine Dusche nehme? Oh, kann ich. Also, das weiß nicht, ob das stimmt. Also, ich kann zumindest, ich konnte gerade zumindest von dem Typen die Gangzelle umbauen. War das der? Hab ich hier oben gebaut? Ja. Ich kann ja zumindest was reinsetzen. Also, Gangzellen gehen anscheinend, äh, keine Ahnung. So, ansonsten, äh, ja. Was gibt's noch zu sagen? Genau, ich brauch einen Informanten. Äh, denn wir haben ja einen Informanten, äh, wir haben ja jetzt einen neuen Intake. Und zwar war der Tipp. Nein, ich will. So, hier haben wir noch Leute gekriegt. Also, äh, ja. Gut, der ist aktiviert. Alles klar. Dann, äh, weil dann sehen wir in den Informationen, äh, gleich, weil wir wissen ja nicht, was die sind. Ja, aber wir sehen, wenn der Kreis um die rumkommt, also zumindest hieß es so, äh, dass die dann, also, dass dann gesagt wird, hey, der ist, müssen warten, bis der Informant, äh, zum, hier zur Sicherheit kommt. Und es gibt ja, genau, es gibt diese Anschlagsziele. Ja, die seh ich auch hier. Seht ihr? Und dann weiß ich, okay, äh, das ist schutzhaft. Ganz einfach. Anscheinend muss ich nicht mehr, also, ich muss keine hohe Abdeckung haben. Ich weiß nicht, ob ich die immer rausfinde. Aber auf jeden Fall finde ich raus, dass das alle Spitzel sind. Und ich sehe, okay, bei mir hab ich keine Spitzel. Im normalen Sicherheitsdruck. Ja, nur in, äh, in der, in der, in der, in der, in der Sicherheit. So, aber hier sehe ich auch noch die ganzen Leute, die noch hochgestuft wurden. Die müssen wir natürlich alle runterstufen. Keine Zeit. Ich hoffe, wir kriegen das dann auch in den Griff mit den ganzen Bandenmitgliedern. Dadurch, dass wir den Chef jetzt separiert haben und er keine neuen Leute anheuern kann, sollte das passen. So, alles klar, dann haben wir neuen Intake gehabt. Gucken, haben gesehen, okay, Informanten, keiner. Hier, ne, Bandenmitglieder nur, oh, das sind Bandenmitglieder. Oh, jetzt welche Bande gehört hier. Okay. Ihr habt keinen besonderen Status. Im Sinne von, äh, ihr seid Käpt'n oder Anführer oder sonst was. So. Dann haben wir das auch. Der Hof gehört noch immer uns. Äh, passt. Das war dann eigentlich alles, was ich erstmal machen wollte. Äh, es gab auch einen Tipp von wegen, ich soll, ne, man kann dies und jenes machen. Man kann hier die Sicherheit irgendwie so über Gänge verbinden und alle Wachen, die dann in der Sicherheit sind und wenn es angrenzt an den Hof, dann zählt das auch als Wachen, die dort sind im Hof. Das heißt, man kann das so ein bisschen überlisten dann. Aber wir hoffen einfach darauf, dass die Leute alle bald verschwinden. Okay, Direktor. Feuer, 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 Feuer. In der Küche ist ein Feuer ausgebrochen. Ja, reichen meine Sprinkler? Wir rufen die Feuerwehr. Wir rufen die Feuerwehr. Nein, nicht Razzia. Ach, fuck. Hab ich jetzt die Razzia abgebrochen? Ich weiß es gar nicht. Wo ist denn das? Erschließen Arrest? Ne. Hä? Ah, das war hier. Notdienste, genau. Feuerwehr einmal. Einmal sollte reichen. So. Bitte einmal hier in die Küche und alles löschen. Und nicht abbrennen. So, hier hin. Anscheinend sind die Sprinkler nicht gut genug gesetzt. So. Können sie das reparieren? Ich hoffe doch. Könnte ja wieder verschwinden. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Diesmal war ich vorbereitet. Was ich noch gemerkt habe. Ich muss natürlich auch noch im Sicherheitstrakt. Äh. Ne? Da sollten wir noch Sprinkler platzieren. So, anscheinend reichen die Sprinkler noch nicht aus. Dann müsste ich... Hä? Habe ich hier in der Mitte keine gehabt? Machen wir hier in der Mitte auch welche? Zu sporadisch gesetzt. So, hier wollte ich nämlich noch welche machen. Nämlich immer bei den Lichtern. Habe ich ganz vergessen. Äh, warte mal. Wir können was, was wir auf jeden Fall auch hochstellen können. Bestrafung, äh, für Mord und sowas. Auf jeden Fall einzelhaft viel höher. Sagen wir einfach mal 24 Stunden einzelhaft. Und Personal angreifen auch. Zwölf Stunden einzelhaft. Und, äh, schwere Verletzungen auch. Machen wir da auch 24. So. Das soll sind, dass, dass die auf jeden Fall länger weggesperrt werden. Meine Fresse. Müssen wir ja auch Leute platzieren. Haben sie das wieder zurückerobert? So. Sechs Wachen da rein. Fertig. Hab die Schnauze jetzt voll von euch. Fuck an. Wieso pinkelt er jetzt da hin? Wieso? Oder kotzt. Er hat gekackt. Da stand Darmleeren drauf. Wieso? Die haben doch eigentlich die Toiletten. Also ich versteh's nicht. Das ist ja vor allem Freizeit. So. Jetzt, äh, müssen wir das auch alles noch mit, äh, Wasser verbinden. Und, äh, dann sollte das passen. So, drüben gibt's wieder Ärger. Zwei Todesfälle. Also da sind wir mal eingestammt. Es wird grad ein bisschen stressiger mit den Bandmitgliedern. Aber ich halte's auf jeden Fall noch. Wir brauchen anscheinend noch ein bisschen mehr Personal. Mehr Wachen. Machen wir mal 110. Ne? Die haben wir die Kohle. So, jetzt sollte alles mit Wasser versorgt sein. Mit den Sprinklern und sowas. Auch in der Küche? Ich hab jetzt nicht in der Küche geguckt. Ja, unten noch nicht. Auch noch nicht. Alles klar, das machen wir dann auch. Machen wir irgendwie so. Sollte passen. So, die haben auch keinen Strom. Die ganzen Stromkabel wurden abgefackelt anscheinend. So, das sollte dann passen. Dann hat... Hä? Wieso haben die hier unten keinen Strom? Das ist... Hä? Also hier müsste eigentlich Strom sein auf den Geräten. Ach, die Stromkabel sind komplett abgefackelt. Ja, dann mach die mal wieder hin. So. Sollte passen. Alles klar. Dann haben wir das auch. Ähm... Dann, äh... Können wir jetzt mal mit dem Todestrakt anfangen? Also es soll ja kein großer Todestrakt werden. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie mit dem... Hof hinkriege, dass die auch einen Hofgang haben. Brauchen die einen Hof? Ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung. Ähm, 46 Mitglieder. Und doch ein paar mehr wieder. Der Chef wurde freigelassen. Gibt es jetzt keinen neuen Chef mehr? Also anscheinend nicht. Man muss auf jeden Fall aufpassen, dass da kein neuer Chef kommt. Weil wir haben auf jeden Fall genug Mitglieder, dass ein neuer Chef kommen könnte. Ihr Chef wurde jetzt entlassen. Deswegen, äh, passt das. So, dann planen wir mal ein bisschen. Ja, wegen dem, äh... Dem Todestrakt. Machen wir einfach hier nebenan. Sollte ja passen. Das ist ein bisschen. Sollte ja... Das ist ein bisschen. Sollte ja... Das ist gut. Sollte ja, wenn du jetzt mal die Schmerz hinweg. Sollte ja... Das ist gut. Sollte ja... Musik Ich weiß noch nicht, vielleicht ist es ein bisschen zu groß gedacht, ich habe auf jeden Fall einen Besucherraum, ja, ja, so sechs Besucherbänke sollte auf jeden Fall reichen, ähm, die Zelle macht dann eigentlich keinen Sinn mehr, ich weiß noch nicht ganz genau, und theoretisch ist es auch nicht so schlau, einen, ähm, Besucherraum zu, äh, einen Todestrakt zu bauen, ich sollte eigentlich erstmal die Höchstsicherheit, also Hochsicherheit bauen, ich weiß noch nicht, ich lasse das erstmal so, ich plane es auf jeden Fall schon mal, ich kann es ja schon mal planen, ne, wir haben ja auf jeden Fall noch genug Platz vier hier für Hochsicherheit, das passt dann auch mit dem Todestrakt, und hier können wir dann auch nochmal einen Gang runter machen oder sowas, mal schauen, ne, müssen wir auf jeden Fall aufpassen, ne, Hochsicherheit müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein und dann müssen wir auch bald mal erweitern, das heißt also hier den nächsten Bereich oder vielleicht auf der anderen Seite, das wäre vielleicht ein bisschen schlauer, dass wir dann auf der anderen Seite einfach genau dieselbe Kopie bauen, weil wir hier haben wir ja schon 500, fast, ich würde sagen, wenn wir die Hochsicherheit, äh, da links unten, ähm, bauen, dann sollten wir auf jeden Fall 500 hier herkriegen, das können wir ja einfach spiegeln und auf der anderen Seite nochmal bauen, und dann sollten wir auf jeden Fall nochmal 500 Leute herkriegen, das Problem ist halt nur das Geld, Geld, beziehungsweise haben wir eigentlich genug Geld, äh, wir müssen aber nur gucken, wie wir das, äh, dann, das Bauen kostet trotzdem sehr viel, ja, das Bauen kostet extrem viel, so, zweites Problem hier, dieser Raum, die Zelle ist jetzt kaputt, sozusagen, kaputt, ist komisch, aber kann man nicht erreichen, deswegen machen wir die einfach weg, beziehungsweise, keine Ahnung, ich weiß jetzt echt nicht, ähm, ich glaube, der Bereich hier ist auch zu groß, ich weiß nicht, ob die einen Hof brauchen, haben die Hofgang, äh, ich hab die hier ja auch beim Besucherraum halt getrennt, was ne, Todeskandidaten, komplett getrennt von den anderen, weil die sollen sich ja nicht untereinander befreunden oder sowas, hier hab ich mal für einen Boilerraum gelassen, ich weiß nicht, ob die einen Boiler brauchen, ob mein Boiler reicht, also hier kann ich so eine Versorgung machen, arbeiten sollen ja auch keine Unternehmen, deswegen haben die auch so große Zellen, eigentlich brauche ich keinen weiteren Bereich, außer, ähm, ähm, die Kantine, ja, Kantine, genau, also sie müssen halt Essen haben, einen Platz zum Essen, aber kann ich die Kantine theoretisch, passt die in eine Zelle rein? Theoretisch würde ein Tisch mit einer Bank reinpassen, könnte ich theoretisch die Kantine jeweils hier rein machen, dann würden die irgendwie von, ja, weiß ich nicht, Besucherraum, irgendwie blöd, wir brauchen den irgendwie so, ich weiß es nicht, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es nicht, wir lassen es auf jeden Fall erstmal so, Hof, glaube ich, kriegen sie auch keinen, Ich bin mir noch nicht sicher, ich kann ja schon mal planen, also, dann kommt da eine Bank und einen Tisch rein, muss ja hier da irgendwie versorgt werden, dass die alle in ihren Zellen nur bleiben, ja, Todestrakt hat keinen Ausgang, tut mir leid, die gibt es für euch nicht, Dann muss ich gucken, dass ich das ganze andere Zeug hinkriege, dass ich irgendwie einen Gebetsteppich reinkriege, dass ich eine Hantelbank reinkriege und dass ich einen, äh, Fernseher vielleicht reinkriege, ja, die drei Sachen, und ein Bett und eine Dusche halt und ein Klo, das heißt, äh, auf jeden Fall, wir müssen hier viel planen, also, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt in Planung gehe und sage, Objekte, hier das, dann hier Tisch und Bank, dann Bett, Hantelbank, Gebetsteppich, würde theoretisch gehen und Fernseher noch, kann ich eigentlich auch da reinmachen, kann ich nicht theoretisch hier reinmachen, weiß nicht, die müssten eigentlich durchkommen, Und dann, äh, ist das halt so, die Zelle, Telefonzelle könnte ich auch noch reinmachen, muss ich mal schauen, vielleicht so irgendwie, vielleicht mache ich da noch die Telefonzelle, ich weiß nicht, ob die dann erreichen können, oder hier neben dem Bett, keine Ahnung, Bett ist auch nur zwei breit, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Keine Ahnung, hm, ich werde mir das auch bestimmt nicht bis zum nächsten Mal merken, also, ich werde es wieder vergessen haben, äh, fuh, so, So, ich würde sagen, ziehen wir erstmal hier eine Wand hoch, vielleicht machen wir einen Außenbereich, das ist blöd, das ist dumme, ist halt, ich habe ja in meinem letzten Gefängnis das so geplant, dass halt, Zelle kam, dann, äh, der Hof, und, äh, dann, der Besucherraum, einfach für jede Zelle separat, Das Problem hierbei ist aber nur, dass der Hof eine bestimmte Größe haben muss, und die kann ich nicht erreichen mit einer normalen Zelle, vielleicht mit einer 5x5 Zelle, wenn ich da jetzt nochmal einen Hof ran mache, Hat ein Hof eine Mindestgröße, ich weiß es nicht, äh, welche Mindestgröße, ich meine, ich weiß, dass es eine Mindestgröße hat, aber welche Mindestgröße, dann könnte ich für jeden nochmal einen Hof machen, müssen wir aber nochmal umplanen, Ich bin, Alter Schwede, 5x5, tatsächlich, also das, das wäre ein Hof, theoretisch, das heißt, äh, wenn ich die Zellen jetzt nochmal umlege, Wenn ich die jetzt zusammen mache, dann sage ich, die Zellen, die Einzellen kommen hierher, dann kommt der Mittelgang hier in die Mitte, und, äh, dann haben halt, hat halt jede Zelle seinen eigenen Hof, Äh, ja, weiß ich nicht, schauen wir mal, ähm, ansonsten, zur Zeit, wie gesagt, wird ja gerade umgebaut im Bad bei uns, deswegen, äh, wird immer gehämmert und sonst was, Deswegen muss ich jetzt auch heute eine kürzere Folge machen, ich weiß, gestern kam keiner, heute kommt eine kürzere Folge, ja, ja, äh, ist halt so, kann ich jetzt auch nicht ändern, äh, ich hab nicht die Macht dazu, Ich muss mal gucken, dass ich irgendwie jetzt nachts dann irgendeinen Aufnahmetermin finde, und, äh, ja, Keine Ahnung, wie ich das ans Handhaben soll, äh, auf jeden Fall haben wir das mit Den Gangs, ganz gut gelöst, es sind gar nicht mehr so viele da, also, ne, wir schaffen's auf jeden Fall, uns gehören die Räume, Ich erzähl das nicht als unser Raum, okay, wusste ich nicht, aber hier auf jeden Fall, ne, gehört den Wachen wieder, ähm, passt alles, äh, Wie gesagt, wir machen dann beim nächsten Mal weiter, ja, ich versuche heute Nacht nochmal eine Folge aufzunehmen für morgen, Dass dann Material da ist, äh, die Folge, ich weiß jetzt nicht, wie, wie sie im Endeffekt, wie lang sie wird, ich mach ein bisschen was noch, äh, Komprimieren durch die Beschleunigung der Zeit, ne, in dem Video, äh, ich weiß nicht, was das für Handzeichen waren, aber ich hab die einfach mal gemacht, So, wie immer, falls das, äh, die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch ein wenig Menschen wieder in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal bei Prison Architects. Euer Scholzmann.